Das Gesundheitssystem und das Gesundheitswesen hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark verändert und alles auch rund um die Chirurgie und damit natürlich auch alles, was zum OP gehört. Neue Methoden, neue Technologien sind in den OP eingezogen. Der Wunsch nach kürzeren Operations- und Rehabilitationszeiten und damit natürlich auch nach kürzeren Krankenhausaufenthalten ist groß. In der letzten Folge haben wir zusammen mit Frau Dr. Mertmann uns mal die Klinikseite angeschaut. Heute werden wir auf die Industrieseite gehen und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Medizintechnik-Podcasts MeTalk on Air. Und selbstverständlich auch ein herzliches Willkommen an unseren Studiogast Dirk Barton, Geschäftsführer von Intuitive Surgical. Hallo Dirk, schön, dass du heute zu uns nach Tuttlingen gekommen bist. Ja, vielen Dank Julia. Vielen Dank Yvonne für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und freue mich darauf, eure Fragen zu beantworten. Wir freuen uns auch und du hast es schon vorweggenommen. Nebendran sitzt noch Yvonne Klinke, Geschäftsführerin der MedicMountains GmbH. Hallo Yvonne, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch riesig. Dirk, für alle, die dich oder Intuitive Surgical noch nicht kennen, möchtest du dich und das Unternehmen noch in ein paar Sätzen selbst vorstellen? Selbstverständlich, sehr gerne, ja. Dirk Barton, Geschäftsführer Intuitive Surgical, bin zuständig für das europäische operative Geschäft. Kurz zum Hintergrund meiner Person, bin jetzt ungefähr 30 Jahre in dem Bereich Medizintechnik tätig, bin ausgebildeter Ingenieur für Medizintechnik, habe in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet. Vielleicht ein wichtiger Datenpunkt Anfang 2000 in einem lokalen deutschen Unternehmen aktiv gewesen als Lieferant für die Firma Intuitive und bin seit 2016 jetzt aktiv hier im Unternehmen tätig. Das Unternehmen selber ist ein amerikanisches. Intuitive ist ein Unternehmen, kommt aus dem Silicon Valley. Dort wurden diese Technologien, diese roboterassistierten Assistenzsysteme entwickelt vor circa 25 Jahren. Heute hat sich die Technik weltweit doch schon ziemlich verbreitet, sind über 8000 von diesen DaVinci-Systemen aktiv. Auch hier in Europa sind wir ganz gut dabei mit 1600 installierten und täglich laufenden Systemen. Und hier in Deutschland, für denen, denen es interessiert, mit über 300 Systemen sind wir auch ganz gut dabei. Beachtlich. Dirk, wie immer möchten wir ja auch einen Blick in die Zukunft werfen. Und bevor wir in das Thema der Robotik einsteigen, möchten wir mit dir kurz über den EUP der Zukunft sprechen. Wie würde denn dieser für dich aussehen? Gut, jetzt spreche ich aus Perspektive des Unternehmens. Natürlich versuchen wir mit unserer Technologie die Ziele, wir nennen das häufig die Fünffachziele der Krankenhäuser, unterstützen. Nämlich wir versuchen mit unserer Technologie bessere Resultate, bessere Patientenergebnisse zu erreichen. Aber natürlich auch Vorteile für die Mitarbeiter im EUP, für die Familien der Patienten zu erreichen, nämlich sie früher zu Hause zu sehen. Und das Ganze soll geschehen bei geringeren Kosten. Und man versucht natürlich auch diese Technologie mehr Patienten als in der Vergangenheit zur Verfügung zu stellen. Das nennen wir das Fünffachziel. Dafür arbeiten wir. Und da sehen wir natürlich die Da Vinci-Systeme als einen wichtigen Bestandteil für die Zukunft. Dass dann die Behandlungszeiten und die Erholungszeiten der Patienten verkürzt sind durch ein Da Vinci-System. Gibt es da tatsächlich auch Zahlen dazu und Studien dafür? Ja, also zum einen sind wir in diesem Bereich minimalinvasiver Chirurgie tätig. Diese Schlüssellochtechnologie ist ja seit vielen Jahren en vogue und hat in den Krankenhäusern Einzug gehalten. Damals bereits, vor 20, 30 Jahren, mit dem Ziel, die offene Chirurgie abzulösen. Das hat die klassische Laparoskopie geschafft, zum großen Teil, aber zu einem Teil eben nicht. Die Laparoskopie ist sehr schwierig für die Chirurgen. Die Techniken sind doch sehr komplex und man braucht lange Zeit, bis man die Technologien erlernt hat. Und da bietet die Technik, die Roboter-Asthetische Chirurgie, viele Vorteile. Das heißt, die Lernkurven sind kürzer für die Chirurgen. Und tatsächlich können wir auch statistisch inzwischen nachweisen, dass sogar gegenüber der Laparoskopie Liegezeiten reduziert werden können, Patienten früher nach Hause gehen und man insgesamt doch auch mit geringeren Kosten zu rechnen hat. Ja, da gibt es Evidenzen, die gibt es weltweit, aber auch ganz stark hier in Europa. Das ist spannend, also dass man tatsächlich das auch anhand von Fakten nachvollziehen kann. Genau, das ist unser tägliches Brot, solche Studien zu erstellen. Und das war tatsächlich in den vergangenen 20 Jahren, seitdem die Robotik hier Einzug gehalten hat, immer genau die Frage, gibt es denn überhaupt noch Vorteile. Inzwischen sind wir über die Diskussion hinaus. Es gab dann eine Phase, da war dann die Frage, wie kann denn dieser Roboter, der doch eine gewisse Größe hat und auch einen gewissen Wert hat, tatsächlich auch günstiger sein. Das war dann so die letzten zehn Jahre die Diskussion. Und heute geht es eher darüber, wie man jetzt die Technologien den Krankenhäusern besser zur Verfügung stellen kann, dass mehr Patienten davon profitieren können. Die Investition ist ja schon recht teuer. Arbeitet ihr dann da auch irgendwie mit Leasing-Modellen oder Ähnlichem? Ja, die haben einen Wert. Die kosten zwischen ein, manchmal Richtung zwei Millionen Euro. Natürlich ist es mehr Geld als ein Skalpell, aber man muss natürlich den Wert dieses Systems mit den Mehrwerten ausbalancieren. Sprich, wenn die Patienten doch früher nach Hause gehen können, weniger Komplikationen haben, dann kann man das rechnen, dass sich für das Gesundheitssystem letztendlich rechnet. Kriegt man vielleicht mit so einem Da-Vinci-System dann auch mehr Patienten an einem Tag operiert oder bleibt erstmal die Operationszeit so dieselbe? Erstmal gute Frage. Die Operationszeiten hängen natürlich von den Operatören ab. Das heißt, die einen sind schneller, die anderen sind etwas langsamer. Klassisch kann man sagen, in ihrer Lernkurve braucht es etwas länger als das, was sie vorher trainiert hatten. Wenn sie aber durch diese Lernkurve durch sind, kann man sagen, dass die Operationszeiten ungefähr gleich sind. Tatsächlich sehen wir aber, dass die Systeme häufiger eingesetzt werden als ein laparoskopischer Tower zum Beispiel. Woran liegt es? Der Chirurg sitzt einfach entspannter, kann angenehmer arbeiten an so einer Konsole als übergebeugt über den Patienten. Und da gehen doch viele Häuser inzwischen dazu über, dass sie mehr Prozeduren am Tag durchführen können. Würde die Kosten dann auch wieder... Genau, ist ein Faktor, die Kosten auch zu reduzieren. Also die Belastung für den Chirurgen selber ist dann eine geringere, weil er einfach nicht diese körperliche Anspannung über die ganze Operation hinweg hat, richtig? Genau. Wenn man sich vorstellt, so ein Chirurg steht neben dem Patienten, hat die zwei Instrumente in seiner Hand, ist leicht übergebeugt, das macht man mal eine Stunde, zwei und dann kommen die Rückenschmerzen. Das ist das Thema Ergonomie und die ist tatsächlich optimiert mithilfe der Robotik. Und das führt natürlich auch dazu, dass Chirurgen länger arbeiten können. Auch das ist ein Trend, den wir sehen. Die Gesundheitssysteme klagen alle darüber, dass weniger Chirurgen verfügbar sind. Mit der Technik sehen wir, dass Chirurgen auch länger arbeiten, weil sie einfach weniger ergonomische Probleme haben. Ist es inzwischen auch, denke ich, möglich, ja, aber auch wirklich eingesetzt, dass der Chirurg gar nicht am selben Standort ist wie der Patient? Sprich, dass man tatsächlich auf weltweite Spezialisten für eine bestimmte OP zurückgreifen kann. Man hört ja immer wieder von diesen Themen, aber dass es tatsächlich auch wirklich so umgesetzt wird, ist das schon Standard? Also tatsächlich, technisch ist das machbar heute. Die Telefonleitungen erlauben so etwas. Auch vor 20 Jahren gab es die sogenannte Lindbergh-Operation, wo ein Patient auf einer großen Distanz zwischen Straßburg und New York operiert worden ist von zwei Chirurgen. Das gab es bereits, aber es ist primär ein Use-Case-Thema. Sprich, warum will man das machen? Und es ist zum Zweiten ein mediko-legales Thema. Wer ist denn verantwortlich, wenn was passiert in dem OP? Ist es der vor Ort oder ist es der, der remote arbeitet? Und die Fragestellungen sind schwierig. Deswegen hat sich das eigentlich nicht durchgesetzt, sondern auch in der robotischen Chirurgie sitzt der Patient eigentlich im gleichen Raum mit dem Patienten und mit seinem Team. So hat sich das durchgesetzt, aber die Fragen kommen immer mehr, genau diese. Was wir beobachten, was wir auch unterstützen, ist das Remote-Training. Denn heute wird ein Chirurg an der Konsole ausgebildet über sogenannte Proktoren. Das heißt, der Lernende, der Lehrer lernt mit dem Schüler quasi im gleichen OP. Man macht einige Operationen zusammen und dann geht er wieder. Und mit diesen Technologien, auch mithilfe der Da Vinci-Technologie, kann er sich jetzt remote aufschalten. Das heißt, hat der lernende Chirurg doch nochmal eine Frage oder fühlt sich besser, wenn ein Zweiter ihm über die Schulter schaut, hat er heute die Möglichkeit, das zu tun. Das gibt es heute, das wird auch praktiziert. Aber das reine Remote-Arbeiten hat sich noch nicht durchgesetzt. Wenn wir jetzt tatsächlich über den OP der Zukunft sprechen, wie lange operiert denn tatsächlich noch der Chirurg und nicht nur der Roboter? Ist das überhaupt ein Zukunftsszenario, dass es tatsächlich nur noch bei Standard-OPs und Roboter zum Einsatz kommt? Also erstmal schwer zu sagen. Wir sehen da verschiedene Phasen. Heute ist es so, dass die Systeme schon Teilarbeiten übernehmen, wie zum Beispiel der sogenannte Stapler bei dem Da Vinci. Das ist ein, man kann sich das vorstellen wie ein Tacker, wo man verschiedene Wunden schließen kann. Der hat heute eine gewisse Eigenintelligenz. Das heißt, beim Staplen misst er die Dicke des Gewebes, die Trockenheit des Gewebes und entscheidet dann selber, wie in welcher Geschwindigkeit, mit welchem Anpressdruck muss denn jetzt gestaplet werden. Das sind solche Teilenaspekte, die sich jetzt mehr und mehr durchsetzen. Wird es irgendwann mal die Technik geben, wo ein System dann selber näht oder selber schneidet? Das kann sein. Das möchte ich aber gar nicht vorhersagen. Ich glaube aber, da gibt es dazwischen noch viele Schritte, wie zum Beispiel einfach dem Chirurgen mehr Informationen zu präsentieren, als er sie heute sieht, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Und das ist genau der Bereich, in dem wir heute tätig sind. Ist dann bei dem Stapler beispielsweise auch künstliche Intelligenz im Einsatz? Ja, das sind Algorithmen. Oft ist ja eine künstliche Intelligenz ein Algorithmus. Das heißt, diese Algorithmen werden gefüttert über viele Informationen, viel Big Data, die da existieren und kann dann Entscheidungen treffen. Also tatsächlich auch als Entscheidungshilfe für den Chirurgen selber? Genau, macht das System das automatisch. Das heißt, da haben auch wieder klinische Studien ergeben, dass eben die Technik das sauber machen kann und dieser kleine Arbeitsschritt wird dann autark durchgeführt. Hast du noch ein anderes Beispiel, wo vielleicht auch tatsächlich künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt? Also wir unterscheiden da verschiedene Level an künstlicher Intelligenz. Man kann sich vorstellen, heute sind die Techniken in der Lage, also der Roboter nimmt die komplette OP auf und kann theoretisch heute einen Arztbrief automatisiert erstellen. Und das ist natürlich auch für ein OP-Team eine enorme Erleichterung, dass sie eben nicht nochmal eine Stunde hinterher diese Berichte schreiben können. Das ist, sag ich mal, was relativ Einfaches, wo aber auch schon Intelligenz hinten dran ist. Das andere ist, dass man heute anhand der chirurgischen Leistung bereits messen kann, an welcher Stelle muss denn der Chirurg noch nacharbeiten? Wo kann er denn noch zusätzlich ausgebildet werden? Und hier geben die Systeme heute schon Hilfestellungen. Zum einen vom Simulator, an dem er selber übt, anhand der Bewegungen, anhand der Videoaufnahmen, die wir da generieren, empfiehlt das System, den und den Trainingspfad nochmal zu durchlaufen. Und das sind natürlich Algorithmen und Technologien, die letztendlich dann auch irgendwann mal in den Patienten-Case überführt werden, wo man dann eben noch zusätzliche Hilfestellung geben kann. Aber das bedarf vieler Daten, die wir heute sammeln, die dann über die Zeit eben dazu führen, dass man noch weitere Dinge tun kann. Das, was du aber eben angesprochen hattest, dass eben die Systeme komplett autark arbeiten, ich glaube, das ist noch ein langer Weg. Der Arztbericht, der wäre tatsächlich schon möglich? Das wird jetzt gerade eingeführt. Heute können Arztbriefe schon semi-automatisiert auch von Drittsystemen durchgeführt werden. Wir wollen das dann irgendwann mal integriert haben in der Plattform. Im Labor können wir das schon machen, verkauft wird es noch nicht. Vor allem, weil ja die Ärzte und Chirurgen ja auch sehr viel über die Bürokratie im Alltag klagen und sehr viel Papierkram erledigen müssen und gar nicht so viel Zeit tatsächlich für den Patienten verwenden können, wie sie eigentlich wollten, weil sie eben diese ganze Bürokratie bewältigen müssen und Berichte erstellen müssen, Arztbriefe erstellen müssen und viele weitere Dokumente bearbeiten müssen. Da ist natürlich sowas eine Riesenerleichterung im Alltag. Und das System weiß heute, wann hat die Operation angefangen, wann ist sie beendet worden, was waren die interessanten Schritte dazwischen, was ist passiert zwischendrin. Das kann das System heute alles schon aufbereiten und der Chirurg muss es gar nicht mehr diktieren. Also ich höre da auch ganz deutlich raus, dass auch im Bereich der Robotik die KI auf jeden Fall schon eine größere Rolle spielt. Absolut. Und ich sage mal, KI benötigt Daten, KI benötigt Big Data, also viele Daten und das ist eigentlich einer der großen Vorteile dieser roboterassistierten Chirurgie, dass eben dort viele Daten anfallen, die wir aufnehmen können, die aufgenommen werden, die man dann entsprechend auswerten kann, die dann zu KI führen. Die Daten bekommt ihr halt natürlich über eure Systeme, nicht von anderen Operationen, oder? Genau, primär von unseren Systemen. Und da ist auch zu sagen, wir nehmen keine Patientendaten auf, das ist ja auch das Thema. Datenschutz ist immer ein Thema. Diese Roboter oder diese DaVincis, die nehmen eben die Bewegungsdaten auf, die Videodaten auf, aber da ist primär keine Patienteninformation drin. Aber das ist natürlich schon eine gewaltige Menge an Informationen. Auch hier vielleicht zu nennen, die Daten, die wir von der Technik registrieren können, das heißt die meisten dieser DaVinci-Systeme sind alle vernetzt weltweit. Und unser Service zum Beispiel kann permanent monitoren, alle Systeme werden gemonitort und können schon vorhersagen, ob irgendeine Komponente irgendwann mal ausfällt. Und bevor die ausfällt, wird die ausgetauscht über Nacht. Das heißt, das ermöglicht uns heute sogenannte Uptime-Garantien zu geben von über 99 Prozent, dass die Systeme immer zur Verfügung stehen. Die sind teuer, ja, aber müssen dann eben permanent bereitstehen und können nicht zwei Tage repariert werden. Und das ermöglicht eben auch das Sammeln von Daten und das präventive Reparieren. Wenn die weltweit vernetzt sind, ist da auch die Gefahr eines Hackerangriffs? Gefahren sind immer da, aber denen wird natürlich entsprechend begegnet. Das sind also geschlossene Systeme, die nicht auf den normalen Netzwerken ihre Daten austauschen, sondern da wird der Datenschutz gewährleistet, sind auch soweit zertifiziert. Da haben auch heute in Deutschland eigentlich die Datenschützer keine Probleme mehr damit, aber vor ein paar Jahren war das noch ein Thema. Wie ich am Anfang ja schon erwähnt hatte, haben wir uns in der letzten Folge die Klinikseite mal ein bisschen genauer angeguckt. Welcher Wandel hat denn deiner Meinung nach bereits im Bereich der Chirurgie, also in den Industrien, aber auch eben in den Kliniken stattgefunden? Also ich hatte eben schon mal diese Phasen erwähnt, offene Chirurgie, minimalinvasive Laparoscopie und jetzt hin zur Robotik. Das sind natürlich Phasen, die stattgefunden haben über die letzten 30 Jahre. Bei der Einführung der Robotik gab es eben die Zeit, in der man hinterfragt hat, macht es denn klinisch Sinn? Ja. Da gab es dann viele Studien. Inzwischen sind wir bei über, ich glaube, 50.000 sogenannten Peer-Reviewed Articles, also Studien, die eben belegen, dass es klinisch Sinn macht. Dann kam die Phase, macht es denn ökonomisch Sinn? Ökonomisch für zum Beispiel das deutsche Gesundheitssystem. Auch da gibt es inzwischen viele Studien, viele Daten, die das belegen. Und heute sind wir in der Phase, dass man eben überlegt, wie kann man diese Technik denn möglichst vielen Krankenhäusern zu fügen stehen. Du hattest vorhin erwähnt, das Thema Leasing, das Thema gegenüber dem Kauf. Ja, das sind Dinge, die wir heute machen, die heute alle zur Verfügung stehen. Sogenannte Pay-Per-Use-Systeme gibt es dort, wo das Krankenhaus wirklich nur bezahlt, wenn denn das System auch angewendet wird. Das gibt es alles. Und da versucht man natürlich jetzt gemeinsam das Gesundheitssystem, wie wir als Unternehmen, Wege zu finden, die auch hier in den Markt passen. Ein Thema, um das wir eigentlich auch in fast keiner Podcast-Folge vorbeikommen, ist nun mal die EU-MDR. Auch heute kommen wir nicht dran vorbei. Sie erschwert ja vielen Unternehmen die Zulassung. Wie sieht das bei euch aus? Wie bekommt ihr diese, ja, man kann ja eigentlich fast von einer regulatorischen Flut sprechen. Wie bekommt ihr diese bewältigt? Ja, das belastet uns sehr als Unternehmen. Vielleicht spreche ich da aus dem Herzen vieler Unternehmer. Wir waren vor, ich sage mal, vor zehn Jahren war das so, dass wenn ein Unternehmen Internationalprodukte zugelassen hat, waren wir eigentlich in Europa recht flott dabei und konnten Innovationen relativ effektiv und schnell in Europa an den Markt bringen. Und die FDA in den USA zum Beispiel hat ihre Hürden etwas höher gesetzt. Das heißt, dort war es dann immer ein paar Jahre später zur Verfügung. Heute ist es genau umgekehrt. Wir sind ein amerikanisches Unternehmen. Das heißt, ich fühle das direkt. Produkte werden zunächst in den USA eingeführt und brauchen dann Jahre, bis sie den Patienten hier auch vor Ort zur Verfügung stehen. Das ist natürlich für uns Europäer, auch für uns Deutsche nicht so schön. Heute sind natürlich die DaVinci-Systeme alle MDR-zertifiziert. Das heißt, wir sind durch diese Hürden durch. Aber man sieht eben bei der Einführung neuer Produkte. Wir haben gerade ein Produkt gelauncht, der nennt sich der DaVinci-Single-Port. Der ist vor Jahren bereits in den USA zugelassen worden und eben jetzt erst bei uns. Und da sind viele Anwender unglücklich drüber. In der Welt leben wir heute. Was würdest du dir von der europäischen Politik wünschen? Wünschen würden wir uns von der Politik oder von den regulatorischen Bodies, wie wir es nennen, dass man gut abwägt zwischen dem Patientenwohl und der Verpflichtung, gut zu regulieren. Beides hat sicherlich seinen Sinn. Aber wir haben das Gefühl, dass momentan das Pendel in die Richtung regulatorische Sicherheit geschwungen ist und nicht in Richtung Sinnhaftigkeit für die Patienten. Das kann man natürlich debattieren. Aber wir glauben, das Pendel muss sich ein Stück zurückschwingen. Und das wünschen wir uns. Überall aktuell eben auch ein Thema der Fachkräftemangel. Jetzt ist das ja so, wenn ihr Robotiksysteme entwickelt und weiterentwickelt, braucht ihr ja entsprechendes Personal. Das macht sich ja auch nicht von alleine. Ist das bei euch ein Ausbildungsberuf? Oder woher zieht ihr diese qualifizierten Mitarbeiter? Also da unterscheiden wir natürlich einmal zwischen dem Pflegepersonal und dem chirurgischen Personal. Die Chirurgen werden zum Teil von uns ausgebildet. Das heißt, wir bieten so eine Art Führerschein an. Das nennen wir das DaVinci-Zertifikat. Das heißt, da versuchen wir dem Chirurgen zu vermitteln, wie man das Gerät eben sicher bedient. Das sind aber alles natürlich vorausgebildete Chirurgen, die jetzt die Technologie, diesen Führerschein noch on top machen. Das bieten wir an. Das müssen wir auch als Hersteller sicher darstellen. Und dann wird eben zusätzlich vermittelt zwischen den Chirurgen, die das schon können und denen, die das noch nicht können. Das heißt, hier sind wir vermittelnd tätig, sodass eben dieses Proctoring zum Beispiel, was ich vorher erwähnt hatte, eben effizient durchgeführt werden kann. Das tun wir permanent. Inzwischen gibt es über 25 Ausbildungszentren in Europa, die genau das tun, jeden Tag. Und das hat sich inzwischen auch als so ein bisschen ein Benchmark in der Industrie rausgestellt, dieses effiziente Ausbilden der Chirurgen. Die chirurgischen Gesellschaften ziehen danach. Auch die haben erkannt, dass das natürlich Themen sind, mit denen sie sich beschäftigen müssen. Das heißt, hier sehen wir unheimlich viele Aktivitäten der verschiedenen chirurgischen Gesellschaften, der Urologie, der Gynäkologie, der Viszeralchirurgie. Alle bauen jetzt solche Ausbildungsprogramme auf. Und insofern treffen wir uns da jetzt in der Mitte, wo wir uns doch mehr auf den, in Anführungszeichen, technischen Führerschein konzentrieren und die Gesellschaften mehr bei der klinischen Ausbildung. Das funktioniert aber inzwischen ganz gut. Bei dem Thema Ausbildung des Pflegepersonals im OP gibt es inzwischen einige Universitäten, die dort Ausbildungsgänge anbieten, als Vertiefungsfach für ausgebildete OP-Pfleger. Auch das hat eine ganz gute Dynamik momentan. Und typischerweise sind gerade in der Pflege, sehen die Mitarbeiter dort das als eine tolle Zusatzqualifikation, die sie auch dann im Markt natürlich entsprechend höher bewertet, weil diese Menschen gesucht werden. Also da passiert gerade einiges. Genau, das fehlt ja tatsächlich auf dem medizinischen Bereich, dass man tatsächlich die technologischen Fähigkeiten auch mitkriegt und sich da eben entsprechend auskennt. Ja, das eine ist die Ausbildung dieser Menschen. Das andere ist aber natürlich dazu beizutragen, dass man auch weniger Personal braucht für diese Operationen. Und da hilft natürlich so ein System unheimlich, weil der hat vier Arme, der Da Vinci, und die muss man natürlich ausnutzen. Und ein Arm wird verwendet für das Halten der Kamera, die anderen beiden Arme verwendet der Chirurg, kann aber alle diese vier Arme natürlich selber kontrollieren. Und somit braucht man, wenn es gut gemacht ist in einem OP, eben eine chirurgische Fachkraft weniger. Und wir sehen heute sehr effiziente OP-Teams, wo das genau der Fall ist, wo dann eben dieser zweite Chirurg im OP nebendran wieder andere Chirurgien durchführen kann. Und das Gleiche natürlich mit dem Pflegepersonal. In welchen Fachbereichen ist denn der Da Vinci führend eingesetzt? Ja, auch da gab es Phasen. Das Ganze hat begonnen in der Kardiochirurgie. Das heißt, vor 25 Jahren hat man die Systeme entwickelt, um am offenen Herzen eben operieren zu können, hat sich aber nicht durchgesetzt damals. Das ist heute anders, aber damals hat sich das nicht durchgesetzt. Wir sagen immer, wir haben auf das Herz gezielt, haben aber die Prostata getroffen. Das heißt, man hat dann festgestellt, dass sich in tiefen Distanzen eben so ein Roboter bewährt, wo man eben sehr fein, sehr präzise arbeiten kann, wo man eben in der Laparoscopie schlecht arbeiten kann. Da hat sich das durchgesetzt. Heute ist es in der Prostatektomie, also in der chirurgischen Entnahme der Prostata, quasi der golden Standard geworden. Dann gab es eine Zeit in der Gynäkologie, besonders bei den Hysterektomien hat sich die Technik heute stark durchgesetzt. Und momentan ist es in der Viszeralchirurgie, also in der klassischen Bauchraumchirurgie, angefangen von den Lubektomien, also von der Lungenchirurgie bis hin zur Rektumchirurgie, setzt sich das immer weiter durch. Also wir nennen das die Weichteilschirurgie. Alles, was sich zwischen dem Hals und praktisch den Beinen befindet, kann mit solchen Systemen operiert werden. Und dafür ist sozusagen der Da Vinci auch zugelassen. Da ist er zugelassen und dafür ist er entwickelt worden. Ja, im Wettbewerb steht er ja auch mit vielen anderen Medizintechnikunternehmen. Aber ein großer Trend geht ja auch in Richtung Gemeinsam und in Richtung Zusammenarbeit. Wie kooperativ seid ihr da unterwegs? Ja, also so ein System, so ein Da Vinci-System besteht ja aus vielen Komponenten. Eben ein System, das ist nicht nur die Kamera, das ist nicht nur das Instrument, sondern da sind viele Technologien, die ineinander greifen und da geht es ohne Zusammenarbeit überhaupt nicht. Seit vielen Jahren sind wir mit anderen Herstellern, mit Lieferanten, viele eben auch hier speziell aus Deutschland, gemeinsam am Zusammenarbeiten beim Entwickeln der Technologien. Es sind zwei Unternehmen oder drei, die mir hier spontan einfallen. Das ist zum einen unser früherer Lieferant, die Firma Schölli in Denzlingen, die die Visualisierungstechnik früh mit uns entwickelt hat. Die Firma Trumpf die Operationstische so konstruiert hat, dass sie eben mit dem Da Vinci reden können und sich gemeinsam bewegen können, was viele Vorteile hat bei den Einsätzen. Aber auch hier Unternehmen vor Ort wie die Firma Erbe, die bei uns im Bereich HF-Technologie gemeinsam zusammengearbeitet hat. Also und da sind aber, sind nur drei von ganz vielen, da sind viele mit uns am Zusammenarbeiten. Hättest du noch einen Tipp für die vielen anderen Unternehmen, die jetzt vielleicht auch sich diesen Podcast anhören und einfach mal überlegen, wie kann denn der tatsächlich der OP der Zukunft aussehen? Welche Rolle kann ich da als Medizintechnikhersteller noch spielen? Es ist eine schwierige Frage natürlich, je nachdem, was der einzelne Hersteller anbietet. Ich glaube schon, dass sich jedes Unternehmen die Frage stellen muss und auch momentan stellt, welche Nische will ich denn in Zukunft bedienen? Und häufig ist das Überleben eines Unternehmens natürlich auch dadurch getrieben, dass man dem Mitbewerb ein bisschen vorne wegläuft. Das heißt, ich muss mich mit dem Thema Innovation beschäftigen und dort sich Gedanken zu machen, bin ich in dem Bereich MeToo tätig oder bin ich in dem Bereich Innovation tätig? Das ist wahrscheinlich das, was jeden Unternehmer ein bisschen plagt und da zeigt sich einfach momentan durch diese unheimliche Beschleunigung der Technologien, der Arbeitsmethoden im OP, dass das Thema Innovation wichtig ist. Insofern kann ich nur jedem eben empfehlen, sich damit gut auseinanderzusetzen. Kann ich eigene Systeme entwickeln oder kann ich ein Teil eines größeren Systems sein? Und da sind wir natürlich auch nicht alleine im Markt tätig. Wenn man sich den Bereich der Robotik anschaut, es sind ungefähr 100 Unternehmen weltweit, die in diesen Bereich drängen, weil sich einfach gezeigt hat, dass es Sinn macht. Insofern, glaube ich, gibt es da viel Platz und jeder Unternehmer muss schauen, wo findet er seinen Platz. Wie passiert bei euch Innovation? Ja, Innovation bedeutet viel Investition auch. Wir spendieren also viel Geld in das Thema Innovation und funktionieren tut es, indem man auch viele Dinge ausprobiert, von denen auch nicht alle immer erfolgreich sind. Also das heißt, man muss Risiken eingehen, muss viele Dinge ausprobieren, muss sie dann untersuchen, validieren in den Märkten und sich dann die Dinge weiter treiben, die dann auch wirklich Sinn machen für den Anwender. Ist eigentlich nichts Neues, aber ich glaube, Innovation ohne Investition geht nicht. Ja, um Innovation zu ermöglichen, ist ja auch immer ganz wichtig, gemeinsam an Dingen zu arbeiten und sich auch Inspiration von außen einzuholen. Dazu sind natürlich Veranstaltungen von uns, von Medical Mountains, natürlich auch die ideale Plattform, beispielsweise unser Meet-the-Maker-Forum im Juni oder natürlich auch unser Innovation-Forum für die Medizintechnik im Oktober. Hier eine herzliche Einladung zu unseren beiden Veranstaltungen. Wir haben ja am Anfang der Folge schon angefangen, über Zukunft zu sprechen, kommen wir einfach da nochmal drauf zurück. Was sind denn so die vielleicht drei größten Steps, die jetzt so folgen werden auf dem Weg zum OP der Zukunft zum Beispiel? Also zum einen glauben wir, dass wir schon so ein bisschen auch in der Zukunft angekommen sind. Ich hatte den Weg dahin schon mal formuliert, das war bei uns im Unternehmen tatsächlich, waren es die letzten 25 Jahre. Heute sind wir da, dass wir solche Tools oder solche Technologien anbieten können. Aber jetzt geht es darum, die Anwendungsbereiche zu verbreitern. Da ziehen jetzt neue Systeme ein. Wir haben gelauncht diesen sogenannten Single-Port, der eben jetzt die Anwendungsbereiche nochmal verbreitert, hin in zum Beispiel transorale Chirurgie, sprich durch den Mund oder noch kleinere Öffnungen oder noch weniger Öffnungen in den Patienten herstellen zu müssen. Das heißt, hier werden die Anwendungsfelder erweitert. Weiteres Produkt, was gerade gelauncht wird, ist der sogenannte IRON. Das ist ein Roboter-assistiertes System, was einen flexiblen Arm hat, also flexible Technologien, die eben dann nochmal wieder die Anwendungsbereiche erweitern, wie zum Beispiel das semi-automatisierte Einführen in die Lunge, die natürlich aus vielen Verästelungen besteht. Hier kann Technologie helfen, genauer und präziser die Tumore zu treffen, die man eben treffen möchte. Das heißt, die Verbreitung der Einsatzfelder findet jetzt gerade statt. Und neben uns natürlich viele andere Unternehmen in der Orthopädie, in der Neurochirurgie, überall finden diese Systeme jetzt Einzug. Ich sage mal, das ist so ein bisschen der Status quo. Der Bereich der KI, du hast es eben schon erwähnt, wird sich enorm beschleunigen. Sprich, wie kann die Technologie sicherstellen, dass zum Beispiel das maximale Wissen der medizinischen Community jetzt dem Chirurgen zur Verfügung steht, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Das ist sicherlich ein Trend, der da stattfindet. Ein weiterer Trend, der stattfindet, ist die optimierte Visualisierung. Das heißt, das menschliche Auge ist limitiert. Wie kann man dem Chirurgen noch mehr Informationen in seinem Bild projizieren, um noch bessere Chirurgien eben durchführen zu können. Das ist ein weiterer Bereich. Letztendlich, all diese Trends haben immer das Ziel, das Resultat zu optimieren, den Tumor noch besser behandeln zu können, noch minimal inversiver behandeln zu können, mit noch weniger Kosten idealerweise noch mehr Daten zufrieden zu stehen. Das heißt, der Trend wird erstmal so anhalten. Aber hier ist die Beschleunigung gerade ganz hoch. Dirk, jetzt hast du dich ja so gefühlt unserem Fragenhagel gestellt. Jetzt bist du aber an der Reihe. Gibt es vielleicht irgendwas, was wir nicht gefragt haben, was aber hier an dieser Stelle auf jeden Fall noch seinen Platz finden sollte? Häufig geht es wieder zurück auf die Frage, kann denn eine solch wertvolle oder teure Technologie tatsächlich, kann sie dem lokalen deutschen Gesundheitssystem gut tun. Und hier würde ich mir wünschen, dass auch das Gesundheitssystem mehr die Vorteile für das gesamte Gesundheitssystem ins Kalkül zieht, als die Kostenstelle im OP. Sprich, die Kostenstelle im OP wird sofort belastet von einer teuren Technologie. Aber die Mehrwerte für den Patienten, für das Gesundheitssystem gehen dann eben über die Jahre hinaus, dass der Patient eben nicht fünfmal wiederkommen muss oder keine Windeln tragen muss. Und das sind natürlich alles Dinge, die muss man bei der Entscheidung des Behandlungspfades mit ins Kalkül ziehen. Und da würde ich mir wünschen, dass diese Dinge mehr beachtet werden als in der Vergangenheit. Sehr schöne Schlussworte, finde ich. So, dann war es das für heute zumindest fast. Ich sage erst mal herzlichen Dank an meine beiden Studiogäste. Danke, Dirk, dass du den Weg zu uns gefunden hast, dir die Zeit genommen hast. Das war ein tolles Gespräch. Ich danke auch. War eine tolle Erfahrung. Sehr gerne wieder in der Zukunft. Ja, waren spannende Einblicke, Dirk, und gerne wieder. Und auch dir, Yvonne, vielen herzlichen Dank, dass du wieder als Unterstützung mit dabei warst im Studio. Ja, gerne. Und was wäre unser Podcast ohne die drei Fragen zum Steckbrief? Wo wir unsere Studiogäste noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich stelle euch jetzt drei Entweder-Oder-Fragen und ihr dürft euch jeweils nur für eine Option entscheiden. Süßes oder herzhaftes Frühstück? Süßes. Ja, bei mir auch. Freizeitspaß lieber Indoor oder Outdoor? Outdoor. Ja, wenn das Wetter mitmacht, auf jeden Fall Outdoor. Und noch eine Frage zum heutigen Thema. Integration von Augmented Reality-Brillen in den OP-Saal oder Nutzung von Hologrammen zur Anzeige von Patientendaten während der Operation? Also nach ein paar Fernsehserien wahrscheinlich das Hologramm. Aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Also meine Meinung ist dort, das Hologramm klingt toll. Das ist die Frage, was ist der Mehrwert für den Anwender oder den Patienten? Mehr Informationen auf die Augen projiziert bekommen. Ich glaube, das ist momentan noch wichtiger. Insofern geht mein Votum dahin. Perfekt, super. Danke für eure Antworten. Und nochmals herzlichen Dank an euch beide für eure Zeit und eure Expertise. Und wir hören uns nächsten Monat wieder mit einer neuen Folge MähTalk on Air. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Diese Folge MähTalk on Air wird unterstützt von dem DigiHub Schwarzwald Bauheuberg und von Edi Südwest. DigiHub Schwarzwald Bauheuberg ist Drehscheibe für digitale Innovationen in der Region. Der Hub vernetzt branchenübergreifend Kompetenzen und Einrichtungen, um die regionale Digitalisierung weiterzubringen und die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen zu sichern. Edi steht für European Digital Innovation Hub, ein Dienstleistungszentrum für die digitale Transformation der Wirtschaft. Speziell kleine und mittlere Unternehmen werden durch Beratungs- und Technologieangebote bei ihrer digitalen Transformation unterstützt. Das war MähTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Abonniert jetzt unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.